Ja, mein Name ist Felix Theissen, ich spiele Caveman seit 2003 und freue mich immer wieder ein Stück zu haben, mit dem ich ein Publikum so unterhalten kann. Nein, nein, das steht ja toll, das ist neuer Top-Baste Baron, das macht so einen schönen drallen Busen, was soll ich da zu meinem Kumpel sagen? Hey, der ist ja toll, der knappe Slip, Alter, der vorne so eng, macht so einen schönen großen Riesenäumel bis zum Knie, der würde gar nicht im Aua sagen, mal spinnst du, hau ab. Ja, ich denke, Männer und Freunde sollten sich das unbedingt angucken. Warum? Um sich gegenseitig besser zu verstehen. Wir wissen jetzt, dass wir nicht um heißen Brei rumreden müssen, sondern Männern klare Ansagen machen müssen. Weil es einfach erstaunlich ist, wie ein Mann die Leute so gut unterhalten kann über so eine lange Zeit. Ja, war toll, wie er die Unterschiede zwischen Mann und Frau herausgestellt hat. Der Unterschied zwischen Sammeln und Jagen. Durchweg genial, gut. Den Werkzeugschrank kann ich selber gemacht. Mit der Türe, mit der Scharniere kannst du auf und zumachen. Was ich gut fand, dass die Leute, die wir hier, also ich sag mal, die jetzt in der Pause standen, die einfach darüber gesprochen haben. Und wenn das das Ende oder das Fazit dieses Abends ist, dass die Leute miteinander reden, dann finde ich, ist das Stück ein voller Erfolg. Wenn man sich nicht wiederfindet, findet man seinen Partner drin und das ist halt super. Es macht einfach Spaß zuzugucken.